Nummer 65 Best of G. Ein Rapphengstfohlen geboren am 28. April von Bonhoeffer for Romance Departieu. Aus der Zucht und dem Besitz von Gerald Gerdicke aus Steinke. Großmutter Donner stellt den Chocolate Girl G von Christ es erfolgreich mit Stephanie Steinberger. Aus der dritten Generation Sterling G von Stedinger international Grand Prix erfolgreich mit Johann Wessner. Bronze bei den Europameisterschaften U25 im Jahre 2017. Aus der dritten Generation Sterling in dem で Nachbarn Ería 2-5, 2016. Heel commodore der dritten Generation Sterling in milli als Ein Rapphengen, Untertitelung des ZDF, 2020